An jedem Adventssonntag gibt es eine neue Audible Original Adventsgeschichte. Alle kostenlos für die ganze Familie und alle gelesen von den deutschen Stimmen der Hollywoodstars. Den Auftakt macht Robert Downey Jr. Synchronsprecher mit alle Haare wieder. Mein Vater sagte gerade zu meiner Mutter, der Christian kann diesmal nicht kommen. Wem haben sie die Harley geklaut? Ich hatte keine Ahnung von Motorrädern und konnte auch diesen Christian nicht. Also verstand ich stattdessen, das Christkind kann diesmal nicht kommen. Dem haben sie die Haare geklaut. Da stand ich auf dem obersten Treppenabsatz, starr wie ein Stück Holz und versuchte, die wohl schrecklichste Nachricht meines jungen Lebens zu begreifen. Die deutsche Stimme von Scarlett Johansson liest Hallo Julia. Wir erleben, wie die schrille Altenpflegerin Julia gerade die Weihnachtsfeier im Altenheim vorbereitet. Da rast plötzlich Herr Tillich wie ein Silberpfeil in den Saal, dreht vor Freude gleich drei Rollstuhlpirouetten und ruft Jauchzet froh Locket! Kinders, habt ihr's schon gehört? Der Pfarrer hat uns eingeladen, morgen nach dem Krippenspiel in der Kirche aufzutreten. Die Silver Rockies klatschen in die Hände, fallen sich in die Arme und freuen sich wie kleine Kinder. Richtig spannend wird es mit Flüsterschnee am dritten Advent. George Cloonies deutsche Stimme erzählt uns, was ein Profikiller an Weihnachten macht. Wir begleiten ihn auf einer Zugfahrt. Ich bin mir fast sicher, dass es einer meiner Mitfahrer auf mich abgesehen hat. Wie zur Bestätigung meiner Überlegungen summt das Handy in der Innentasche meiner Jacke, als wir in den Bahnhof einer Kleinstadt einfahren. Unsere Zusammenarbeit ist beendet. Sie wissen ja, es gibt Schlimmeres als den eigenen Tod, teilt mir die Stimme jetzt mit und legt auf. Wie theatralisch. Wunderschön und mit garantierter Weihnachtsstimmung für die ganze Familie ist Oh Tannentraum, gelesen von Jennifer Lawrence, Synchronsprecherin. Was passiert, wenn man dem Weihnachtsmann schreibt und der sogar antwortet? Ich weiß, dass du sehr viel zu tun hast, weil auf der ganzen Welt Kinder darauf warten, dass du zu ihnen nach Hause kommst. Vielleicht liegen wir dieses Jahr auf deiner Route und du könntest kurz vorbeischauen? Es würde schon reichen, wenn du nur ans Fenster klopfst und winkst.